In Österreich haben wir einmal gewonnen. In der Brauerei Wieselburg erzeugen wir auch alkoholfreie Produkte. Nein, mag ich nicht. Und die Erzeugung dieser alkoholfreien Biere läuft über eine Entalkoholisierungsanlage. Da hat es ein Kipfer im Kopf. Sie produzieren hier als einzige Brauerei in Österreich das Heinigen 0,0. Am stärksten sind natürlich die Brauereien betroffen, wo auch Fassbier produziert wird. Fassbier haben wir frei. Nicht auch immer. Aber zwar mit der Woche schon. Und jetzt gehen wir schlafen. Schau, die Lieferung für die ORF-Isolation ist da. Ja, drei Mal in Deutschland braucht ihr so ein Lied voll. An unsere Kunden möchte ich die Botschaft auch geben, dass wir natürlich sehnlichst darauf warten und wir uns alle bei einem gemütlichen Bier bald wiedersehen. Ja, Freilich, das war doch das. Das war's. Das ist der Gab. Das wird's, ja. Holl. Hol? RaШru inv kaufe. sharp, thôi. dran! Dann geht's los noch mal! Du kannst das über hier alles machen.